hallo und herzlich willkommen zu einer runde orcs must die zum new monday gerade nach hause gekommen von der arbeit jetzt will ich eine runde machen spiele ein match kein trainings match ok das ist ja ganz easy machen wir mal eroberungen gegen spieler schauen ob da einer kommt wenn ich mal wieder eine minute warten und die daumen drücken das neun andere leute mit mir spielen wollen obwohl die können sich das ja nicht aussuchen ok und neuen spiel ja nicht mit mir sondern nur vier mit mir und fünf ging nicht so ach ja meine füße tun mir weh von der arbeit ok ich war gerade nach der arbeit noch ein bisschen einkaufen gewesen muss gleich noch mal runter gehen weil ich vergessen habe meine wäsche aufzuhängen man muss ja extra im keller gehen in den waschraum ok spieler waren schon mal nicht da vielleicht gegen bots naja ok auch ein bisschen doofe zeit 15 uhr 16 ich lasse mich mal wieder überraschen weil ich nicht kriegen angriff ich kann jetzt immer noch wechseln ok dann bin ich ja plünderer und da hat man mich abgeschlossen ach jetzt die daumen drücken dass wir auch einen richtigen kriegen ein angreifer das könnte zum beispiel egal sein der ist aber kein angreifer der ist defensiv spieler oh weia das kann ja was werden und der kleine zwerg ist auch defensiv spieler und ich hab lünderer naja was soll's wir geben einfach unser bestes probieren so viele leute zu killen und probieren die zweite lane zu eröffnen die zweite angriffs lane ja der alte mit dem werde ich bestimmt wieder verlieren so das hier wenn ich jetzt hier so leert das einen muten tot und macht es nicht wirklich unverwundbar wenn er sich bewegt mit der effekte so ok er schafft einen Bund ja nee thee ach Mist ich weil ihr auch noch mal an wenn ich schieste schlimmer kann es ja nicht mehr werden So, wir plätten hier einmal ganz schnell die Lane. Okay. Seine Pardinien als nächstes. Boah, die sind schon so schnell. Ich bin verliebt. So, die sind noch nicht da. Ah, klar. Wenn man von Teufel spricht. Oh, wow. Mensch, da war eine dumme Kiste. Ich brauche dringend mal. Was, der MZ-Shop gegradet? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Das ist der ideale Platz für Anfänger. Das ist ein zweiter Angreifer eigentlich. Das ist der ideale Platz für Anfänger. 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 Sie haben unser Tor zerstört. Unser Wächter wurde besiegt. Dein Wächter verloren. Ach nee. Ach. Ach. Das ist der ideale Platz für Anfänger. Das ist immer so lästig. Das ist der ideale Platz für Anfänger. 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 Oh, ich muss rüber. Nein, da kommen alle. Meine Lieblingsfunktion, nein. Aber nicht, kein Tiefelmord. So. Jetzt stellst du das Vieh rüber. Einen Boss holen. Nein, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Der alte Knacker hält einfach nichts aus. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Wie sagen die jungen Leute zu sowas? Krass, Alter. Wir haben unser Tor zerstört. Oh. 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 Der Gegner hat ein Kriegslager abgegradet. Jetzt und das. Bitte und vielen Dank. Oh. 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 Das war's für heute. Ich beschütze die Glöpfe. Sie haben unser Tor zerstört. Ah, wieder da. So, schnell weitermachen. So. Junge, renn noch. Malta. Ja. wir haben das jetzt muss ich erstmal mich wieder hochheilen eh, da ist einer mein Leben zieht an mir vorbei ein Wächterverloren oh, das ist doch nice so wir brechen durch ihre Verteidigung wow, schnell weg hier grim wir das sind so erst mal die vier ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin schon nicht allein. Das schaffe ich nicht allein. So, einmal schnell aufladen und weiter geht's. Das sieht sehr gut aus. Am Anfang war es ein bisschen schlecht aus, aber mittlerweile. Wenn ich mal zwei Minuten in AFK war, sieht super aus. Gut, lassen wir den erstmal da kämpfen. Das ist nicht gut. Das wird gut. Schnell durchlaufen. Kann nicht springen. Wenn ich das Filet habe. Ja. 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 Und dann nächstes. Den hab ich jetzt geholt. Ich glaub das zweite Mal jetzt schon. Ja. 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 Bäm, 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 die nächsten Punkte, zack, und da die nächsten Punkte, und da die nächsten Punkte, und da schnell weg. KI-Spieler! Nein! Super! Na komm, ich bin hier. Ach, bin dort. Ist ja egal. Wie sieht es bei mir aus? 12.000? Oh nein! Elf Kills habe ich schon vor, bin ich gestorben. Den Ork, den spiele ich gerne. Den Mega-Axon wollen wir essen. Ich wicke auf K für Kill. Ach ja, warum? Oh! Oh! Ich bin schön. Ach, das haben wir jetzt sowieso gewonnen. und die letzten laufen durch, einer muss auch durch dann haben wir gewonnen Wir brechen durch ihre Verteidigung! Oh, er kommt den Crow-Bomb organisiert, Crow-Bomb, Steak und gewonnen! Ein Crow-Bomb hat in die Hänge getrieben! Yes! Die, 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 die! So, das war eine Runde Orx Must Die auf den New Monday Und das war die letzte Runde von Orx Must Die auf den New Monday Das nächste war, wenn ich das spielen werde, werde ich das auf den Adventure Friday spielen Denn, ab nächstem Monat ist ja schon... Ach ne! Eine Runde gibt es noch! Stimmt! Eine Runde Orx Must Die gibt es noch! Und ich kann was herstellen! Das ist es! Ausrüstung, brauche ich nicht! Ich will keine Ausrüstung! Ich will lieber Fallen herstellen! Oder! Wächter! Oder Talente! Oder Talente! Aber nur die Game Talente! Besser! Hier gibt es auch nichts was ich herstellen kann... Scheren vielleicht? Ach ich kann Scheren nicht erstellen! Nur mal die. Und das tut. Bosse Talente Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge heute seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüssi.